Hey, mein Himmel hat ein guter Helga an, ja. Das hab ich noch im Summer gefallen. 5, oder? Ja, aber ich sammel mit so'n Tiss-Rooks an, der ist genau dasselbe, der Rooks hat. Ja. Ich muss halt jetzt 80 Sekunden warten. Oh, mein LKW steht noch dort. Ja, aber das ist in der Safe Zone also. Ja, vielleicht kann mich da nur bei ihm bringen. Alter, die sind einfach drei Titan, alter Titan. Also die Rooks kannst du ja auch am Boden liegen lassen. Und da rennen immer noch weiße Leute rum. Weil da wirst du automatisch gekickt. Ich verschenke die einfach auf welche Leute. Ich verkauf einfach die Titan bald. Drei Stück, eine Mio, pro Stück mit einem Mitschuss also. Hey, hey, eine Mio geht da noch nicht, ja. Ja, gut, kommst du mal. Leute, wir werden easier reset. Nein. Also, schau mal, speichern die. Dann haben wir vielleicht 50 Prozent hier. Oh! So, Tissi, Tissi! Oh! Der ist Reset. Der ist Reset. Oh! Und der steht in die Lok so bemerksam macht. Sie fahren. Oh! 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 Vielen Dank.